Die Sonne stirbt. Die Menschheit steht vor dem Aussterben. Vor 16 Monaten habe ich, Robert Capper, mit einer siebenköpfigen Crew, die in einem solaren Winter erstarrte Erde verlassen. Unsere Mission, die Sonne wieder zu entzünden, bevor es zu spät ist. Willkommen an Bord der Icarus II. Bord der Icarus II. Bord der Icarus II. Wenn du also eines Morgens aufwachst und es ist ein besonders schöner Tag, dann weißt du, wir haben es geschafft.